Hey, herzlich willkommen im Andreas-Klippe-Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabatt schlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter, zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Ich wollte etwas ausprobieren und zwar an einem Samstagmorgen. Und ja, und dann ist was passiert, womit ich eigentlich nicht gerechnet habe und es hat mich unweigerlich an bockige kleine Kinder erinnert. Und ich glaube, sie haben wahrscheinlich in ihrem Leben auch schon Erfahrung mit bockigen kleinen Kindern gemacht. Da sage ich nicht, dass es ihre eigenen sind, aber vielleicht mit denen von ihren Nachbarn, ihren Freunden auf der Straße, im Supermarkt, im Kindergarten, in der Schule, auf dem Sportplatz oder wo auch immer. Und bei mir war es ganz einfach nicht das Kind, das bockig war, sondern es war ChatGPT. Da sprechen ja viele drüber und Sie werden jetzt sagen, was macht ein Ingenieur, Unternehmer und Buchautor mit ChatGPT. Als Buchautor kann man sich das noch vorstellen, da kann man Texte mit generieren. Aber als Unternehmer für technischen Hochwasserschutz in Asien, weshalb braucht man das dort? Kann ich ganz einfach beantworten, weil das einfach State of the Art ist und man viele Unternehmensprozesse mittlerweile damit, ich will nicht sagen automatisieren kann, aber deutlichst verbessern und beschleunigen kann. Und da sich diese Technologie in einem dermaßenen Tempo entwickelt, dachte ich, ist es mal an der Zeit, auch diese Erfahrung mit Ihnen zu teilen. Ich will jetzt hier keinen Vortrag über ChatGPT als solches machen, sondern das machen wir vielleicht an anderer Stelle, sondern darauf hinweisen, dass auch ich selbstverständlich damit arbeite und ich arbeite mit der Version 4.0. Das ist im Moment State of the Art. Das ist nicht die kostenfreie Version, sondern die kostenpflichtige Version, aber es lohnt sich für bestimmte Anwendungen. Und ja, was wollte ich ausprobieren am Samstagmorgen? Und das wollte ich mit Ihnen teilen, weil das könnte für Sie, für Ihr Unternehmen auch von Interesse sein. Denn ich sage mal ganz ehrlich, man kommt an ChatGPT einfach nicht vorbei, denn diese Entwicklung vollzieht sich nicht im Jahresrhythmus, auch nicht im Monatsrhythmus, sondern im Wochenrhythmus. Das geht so dermaßen dramatisch schnell, dass man kaum hinterherkommt. Und jene, die dort hinterherkommen, die werden letztendlich zum Schluss dominieren in den verschiedenen Märkten. Also einer der besten Jobs, die man heutzutage haben kann, das ist nicht die eines Ingenieurs oder Vertriebsingenieurs, es ist die eines Prompt-Ingenieurs. Sie entwickeln Prompts für große Unternehmen und da verdienen sie im, ja, nicht im niedrigen sechsstelligen Bereich, sondern da drüber. Und das ist der Trend, wo es einfach hingeht, weil die Vorteile letztendlich so gewaltig sind, wenn man es richtig macht. Und ich habe ja gesagt, ich wollte etwas ausprobieren an diesem Samstagmorgen. Also heute, während ich das aufnehme, ist Samstag, mittlerweile ist es schon Nachmittag. Und die Aufgabe war, ich wollte einen Artikel über meine Gastgeschenke für Geschäftspartner im Ausland schreiben. Ich wusste eigentlich, was ich schreiben möchte, aber ich dachte mir, probiere es doch mal aus. Und ja, ich bin da schon etwas fortgeschritten, weil ich einige Prompts benutze und Avatar-Technologie nutze und dergleichen. Also es ist etwas mehr als einfach nur JetGPT zu sagen, schreib mir mal einen Bericht über Gastgeschenke für Geschäftspartner im Ausland. Das funktioniert so einfach nicht. Da muss man schon wissen, wie man das zusammensetzt. Und das ist nicht ganz ohne. Die Vorarbeit ist auch, ich will nicht sagen, zeitaufwendig. Man muss etwas Zeit investieren, hat dann aber einen multiplikativen Output hinterher. So, und das erinnerte mich an ein kleines Kind. Aufstampfen mit dem Fuß, nicht mehr sprechen, eine Schippe machen. Hat meine Mutter zu mir gesagt, mach keine Schippe, wenn ich dann so mein Gesicht verzogen habe und meine Lippen so wie so eine Schippe, die Unterlippe nach vorne. Und ja, dann war ich bockig. Und jetzt die Frage, was zu tun. Also ich wollte ja diesen Text schreiben. Und da ging es unter anderem um die Episode, die ich ja vorher schon aufgenommen, veröffentlicht habe, über meine Gastgeschenke in den Mittleren Osten, also zur Geschäftsreise nach Katar und Oman. Und da habe ich ja drüber geschrieben, über Lebkuchen zu Ostern. Ich muss direkt mal gucken, welche Variante. Das ist die Episode, die Episode 68. Ganz genau. Und ja, das wollte ich halt entsprechend zu Papier bringen. Und so, hier bin ich wieder. Und habe dann gesagt, gut, ich schreibe mal meine Stichworte hin und habe das alles schön gegliedert und habe das dann zu ChatGPT hochgeladen und habe in mein Skript mehrere Fragen eingebaut, wo ChatGPT mit mir, wie also zwischen zwei Unternehmern oder sage ich mal einem Consultant und einem Unternehmen oder zwei Menschen, sagen wir einfach mal zwischen zwei Menschen, ein Dialog stattfindet. Und zwar wie, gut, ich soll einen Bericht für dich schreiben, dann sag mir doch zunächst einmal das Thema. Dann sag mir doch mal, in welchem Stil soll ich das schreiben? Ja, dann sag mir nochmal bitte, wer die Zielgruppe ist und was sind deine drei wichtigsten Thesen? Und wer bist du eigentlich, für den ich das schreiben soll? Also alle diese Dinge und das kann man alles erarbeiten. Und damit man das nicht jedes Mal neu macht, gibt es dann einen gewissen Ablauf, den ich entwickelt habe für unser Unternehmen und auch hier für mein deutsches Unternehmen für technischen Vertrieb international und kann das halt sehr gut anwählen. Aber die erste Antwort, die von ChatGPT kam, war halt, ja, wie soll man sagen, absolut niederschmetternd, weil das, also ich würde es mal ganz lapidar sagen. Hier hört ja weiter keiner zu. Wir sind ja beide alleine im Moment. Ich würde sagen, das war einfach hingerotzt. Ja, ohne Sinn und Verstand. Und ich habe gesagt, so geht das nicht. Dann habe ich nochmal wiederholt, habe gesagt, ich schreibe dann in dem Fall auf Deutsch. Also man richtet sich dort entsprechend den Chat mit auf Deutsch ein. Ich habe auch andere, ich habe ja so mehrere, wie gesagt, kann man in anderen Sprachen parallel machen. Man sollte das auf keinen Fall vermischen. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Ja, also nicht mehrere Sachen gleichzeitig dort in einem Chat machen, sondern dann immer einen anderen Chat aufmachen. Und dann habe ich gesagt, bitte mach das noch einmal, folge meiner Arbeitsanweisung. Ich habe das ja vorher in verschiedenen Schritten. Ich glaube, ich habe elf Arbeitsschritte vorgegeben, die ich alle definiert habe und frage mich ab. Und dann kam wieder ein Artikel über Gastgeschenke. Aber ich habe ja noch nicht mal gesagt, dass es um die Lebkuchen gehen soll, die ich da zur Osternzeit nach in den Mittleren Osten gebracht habe. Sondern Chatjubiti hat einfach irgendwas geschrieben. Ich sage, das gibt es doch nicht. Habe ich nochmal drüber, nochmal drum gebeten. Bitte folge der Arbeitsanweisung. Fange bei Schritt eins an und frage mich doch erst mal ab, um was es hier überhaupt geht. Und dann kam wieder so ein Schrott raus. Und da wurde ich langsam ärgerlich. Da habe ich gesagt, das ist bockig. Also hier ist der Rechner wirklich bockig. Und einfach die Arbeitsschritte wurden nicht nachverfolgt. Das ging noch ein paar Mal so weiter. Ich habe dann an meinem Text gearbeitet und an meinen Prompts. Dachte dann, vielleicht habe ich irgendwie meine Instruktionen falsch mitgeteilt. Kennen Sie das auch, wenn Sie einem Mitarbeiter in Ihrem Team vielleicht eine Arbeitsanweisung geben oder Instruktionen geben und dann kommt Stirnrunzeln, große Augen oder es kommt gar nichts. Keine Nachfrage, kein nichts. Und nur, wenn Sie sagen, haben Sie das verstanden? Ja, ist immer eine falsche Frage. Man muss sagen, okay, jetzt wiederholen Sie doch mal bitte, was Sie machen sollen. Das mache ich in Asien mitunter auch nicht, was dann zu fatalen Ergebnissen mitunter führt. Weil einfach das Missverständnis da ist, die Aufgabe wurde überhaupt nicht verstanden. Das ist wie beim Aufsatz in der Schule, wenn Sie vom Deutschlehrer dann Ihren Aufsatz zurückbekommen haben und dann stand drunter sechs Thema verfehlt. Ja, Sie haben einen tollen Aufsatz geschrieben, aber leider komplett vorbei am Thema. Und so ist das hier mitunter auch. Das heißt, man muss versuchen, sich da einzugrooven mit ChatGPT. An manchen Tagen geht das sehr gut und manchmal nicht. Also dann kam hinzu, dass die Texte viel zu kurz waren für meine Bullet Points. Also die einzelnen Abschnitte wurden viel zu kurz beantwortet. Fakten wurden nicht genannt. Ich habe darum gebeten, bring mir doch mal Zahlen, Daten, Fakten. Kennen wir doch vom Fokus. Und Jahreszahlen, Statistiken vielleicht, war auch nicht dabei. Und dann hatte ich gesagt, gib mir doch mal bitte, da ging es um Filme. Dann wollte ich sagen, welche sind die wichtigsten Filme von Walt Disney. Und dann kam erst mal gar nichts. Dann wurde gesagt, ich habe keinen Zugriff auf die Filmdatenbank. Und da habe ich gesagt, das gibt es doch überhaupt nicht. Wie kann denn das überhaupt gehen? Nein, also das muss doch innerhalb des Internets vorhanden sein, weitestgehend. Und also sowas wie Schneewittchen und die sieben Zwerge aus den 30er Jahren, also 1937, ich weiß es, weil ich es recherchiert habe. Aber König der Löwen findet Nemo, die Schöne und das Biest. Aladin, Frozen, die Eiskönigin. Also alle die Sachen weiß Shagipiti nicht. Ich sage, das gibt es doch gar nicht. Was ist denn da heute los? Machen die einen Streik? Wie hier in Deutschland seit einiger Zeit. Und das muss man wissen und muss dann hartnäckig sein. Also so wie sie bei ihrem Mitarbeiter, bei ihrer Mitarbeiterin oder bei einem kleinen Kind ja dann auch nicht aufgeben. Weil aufgeben bedeutet einfach Konfrontation oder einfach keine Lösung des Problems. So einfach ist es. Also man muss ja da irgendwo einen Schritt weiter gehen. Und sie entlassen ja nicht auch gleich einen Mitarbeiter, weil der einmal eine Fragestellung irgendwie falsch beantwortet hat. Sie wurden ja auch nicht von der Schule verwiesen, weil sie einmal das Thema verfehlt haben. Das war eher so ein Warnschuss. Nächstes Mal bitte besser aufpassen und dann klappt das auch entsprechend. Und ja, das waren so diese Sachen. Also mehrfaches Eingeben war nötig. Dann hat Shagipiti nicht meine Schritte nachverfolgt, meine Arbeitsschritte. Texte im Output waren viel zu kurz. Ich habe also vorgegeben, wie lang die Texte sein sollen. Da tut sich Shagipiti mitunter sehr schwer. Faktenwohnen nicht genannt. Und dann kam diese merkwürdige Mitteilung. Ich habe keinen Zugriff zur Filmdatenbank. Wie gesagt, gibt es doch nicht. Also später habe ich es dann rausbekommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war alles sehr langwierig. Hat mich wirklich an ein bockiges Kind erinnert, das irgendwie wütend aufstampft. Mama, ich will Eiscreme haben. Habe ich mal gesehen im Friedbeck in Hessen. Ein kleines Kind, Mutter hat das Kind am Arm gehabt und da standen sie vor so einer Eisdiele. Und das Kind hat immer aufgestampft mit dem linken Fuß. Und dann gesagt, aber Eiscreme, ich will Eiscreme haben und ich will Eis haben. Und die Mutter wollte aber nicht, aus welchem Grund auch immer. Und das war dann sehr lautstark. Also das Kind hat die ganze Straße dort unterhalten. Ich stand auf der anderen Straßenseite. Das nur zur Anmerkung. Das ist eine große Straße da in Friedbeck. Naja, aber dann, was bedeutet es, ist es eine aufwendige Erziehung. Und eines Tages ist die Erziehung aber abgeschlossen. Und dann stellt sich der Erfolg ein. Also nämlich ein selbstständig denkender und handelnder Mensch. Und bei der KI, künstlichen Intelligenz, ist das ein System, das uns dienen kann. Aber das müssen wir uns zurechtlegen. Weil von selber funktioniert das nicht. Und dann könnte ganz was Komisches rauskommen. Und das Thema ist jetzt nicht, ja oder nein, oder brauchen wir KI und ChatGPT oder brauchen wir es nicht. Und wie gefährlich ist das überhaupt und Missbrauch. Darum sollte es jetzt hier überhaupt nicht gehen. Denn es geht einzig und allein um die Frage, wie wir das Biest bändigen. Und das müssen wir lernen. Und nochmals für uns hier als Manager. Andere tun es bereits. Und vielleicht auch ihr Wettbewerber. Also, diese KI-Geschichte mit ChatGPT ist brandneu. Und wie ein Kleinkind, das als Baby auf die Welt kommt. Damit habe ich es verglichen. Und es ist mitunter unkonzentriert, kann leicht abgelenkt werden, wie ein Kind. Ist aber lernfähig und kann wieder zum Mitmachen ermuntert werden. Und was ganz Positives, es wird ihnen niemals böse sein. Oder sie beschimpfen oder so etwas. Aber es straft sie ab durch falsche Antworten mitunter. Und in diesem Prozess, wie muntere ich das Kleinkind, das KI-System auf, das müssen wir als Eltern lernen. Und nur so stellt sich der Erfolg in der Erziehung ein. Und das müssen Sie als Manager lernen, als Managerin, wenn es darum geht, solch ein System zu bändigen. Und wenn es dann darum geht, dass Mitarbeiter sich darum kümmern, dann geben Sie ihnen den Freiraum entsprechend. Oder holen Sie sich externe Expertise, dass diese Sachen schnell integriert werden können. Also für meinen Fall habe ich ja angefangen, das System erstmalig für meinen englischsprachigen Podcast Flood Protection Secrets, da gibt es zweimal in der Woche eine Episode, anzuwenden und zu nutzen. Gleichwohl ich immer noch die Ideen selber dazu habe, so ist das nicht. Aber es kommen gute Zusatzideen und Formulierungen. Und wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass Beschreibungen für die Podcast-Plattformen dann bereitgestellt werden sollen, dann ist das sehr, sehr hilfreich, so etwas zu haben. Da können Sie auch für andere Sachen nehmen, für Blogartikel und dergleichen. Aber das muss man sich organisieren. Und dieses System habe ich aufgebaut und spare damit jede Woche, also ich würde mal sagen, bestimmt anderthalb Arbeitstage ein, dadurch, dass ich das so nutze. Und das Gute ist, man kann es delegieren von einem Mitarbeiter zum anderen. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt oder andere Aufgaben übernimmt, dann kann ein anderer da sofort einsteigen, weil es ein Prozess ist. Und nicht einfach nur intuitiv von einer Person gelernt. Und wenn die Person weg ist, dann muss die nächste erst wieder intuitiv alles lernen. Das funktioniert nicht. Deswegen gibt es in Deutschland und auch in Österreich, in der Schweiz, Ausbildungen. Deswegen lernt man Dinge oder man geht zur Universität, wo man ja auch lernt. Das ist ja auch Ausbildung, keine handwerkliche oder fachmännische Ausbildung. Also Sie wissen, was ich meine. Ja, also mein Goldener Nugget für Sie, der ja immer zum Schluss kommt. Nicht aufgeben, wenn es mal wieder zu bockig wird. Dranbleiben. Ihr Wettbewerber tut es vielleicht mit mehr Ausdauer als Sie. Und bei meinem Hauptthema Hochwasserschutz ende ich immer mit Stay safe and flood free. Und hier bei Ihnen sage ich, seien Sie exzellent in Ihrer Technik. Werden Sie global zur Marke. Und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas-Klippel-Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter www.andreas-klippel.com Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.